Dann haben sie vielen Dank. Dankeschön gleichfalls. Tschüss. Hallo. Guys, übrigens in einer Szene habt ihr sicher das Ding hier im Hintergrund stehen sehen. Das haben wir neu. Das ist ein Rodelmikrofon, wie ihr seht. Das ist das Rodel NT-USB. Hier steht Honig. Und das hat Sigi so gesehen zu Weihnachten bekommen. Also er hat Weihnachtsgeld bekommen und hat sich das davon geholt. Übrigens, ich wollte mal ein kleines Update geben, wie weit wir die Kerze jetzt schon runtergebrannt haben. Und zwar schon einiges. Also ihr seht, die ist schon echt weit unten und hier seht ihr, dass es ein bisschen dunkler wird. Da ist der Ring. Es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall schon gut was weggebrannt. Wir haben die jetzt seit zwei Tagen, glaube ich. Und die ist schon echt ziemlich weit unten. Und das liegt aber daran, dass wir die ganze Zeit, wenn wir hier sind, brennen lassen, weil ich einfach das liebe. Hallo, Leute. What's up? Ihr seht mich auch endlich mal in einem Video. Ähm, ich bin krank. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Sigi ist schon die ganze Zeit mega krank. Ähm, hatte voll den Husten und Schnupfen und keine Ahnung was. Und hätte mich so ein bisschen angesteckt, dass ich hab Schnupfen, meine Nase läuft die ganze Zeit. Und mein Hals tut weh. Ich trinke die ganze Zeit Tee. Ich habe sowieso die letzten Wochen nur Tee die ganze Zeit getrunken. Ähm, ja. Meine Nase läuft die ganze Zeit und ich hasse das vor allem. Ich kann nicht schlafen, wenn meine Nase zu ist. Ja. Guys, wie ihr seht ist hinten, ähm, ein Loch. So ein bisschen tieferes Loch. Denn, guck mal was ich in der Hand habe. Ähm, ja, ich werde das jetzt kurz mal auspacken und euch dann zeigen. Ihr wisst, ich hab rechts schon einen Ring von Sigi an meinem Finger. Okay, theoretisch ist der auch von Sigi. Ich hab den jetzt links dran gemacht, weil am Mittelfinger so sieht's scheiße aus. Ich weiß nicht, wie mit der Hand drin ist. So sieht der auf jeden Fall aus voll schön. Und den kann man verstellen, wie ihr seht. Also hier ist ja diese Lücke. Ähm, ja. Hallo Guys, what's up? Ähm, mir geht's schlechter als gestern. Ähm, mein Hals ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Ich trinke aber die ganze Zeit Hustensaft, weil ich keinen Bock hab, dass das irgendwie noch schlimmer wird. Weil bei Sigi wurde es auch noch schlimmer durch das ganze Husten. Ich mach mir auch grad einen Tee. Ich hab grad geschlafen für eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Ähm, Sigi ist gerade nicht da. Er ist grad auf einer Geburtstagsfeier. Auf jeden Fall mach ich mir jetzt einen Tee. Und versuch mich einfach auszuruhen, weil meine Stimmung mega schlimm ich kann. Kaum schlafen. Sigi, ich lüge grad mit ihm. Er macht die ganze Zeit Geräusche. Übrigens, heute ist Hoshis Geburtstag. Ähm, ist heute, beziehungsweise wird heute ein Jahr alt. ... ... ... ... ... Aber die haben das auch gewaschinen. Hello guys, what's up? Sorry.